Es ist Pause angesagt an den Märkten und das ist kein schlechtes Zeichen, im Gegenteil, auch wenn der Kurs jetzt ein bisschen nach unten kommt und manch einer sagt, jetzt haben wir uns gerade so schön an die Aufwärtsrichtung gewöhnt, jetzt macht es doch wieder Spaß drauf zu gucken, zumindest mal aus bullischer Sicht in den Markt zu blicken hier, aber jetzt geht der Kurs nach unten, trotz alledem. Das ist überhaupt nicht schlimm, ich zeige euch mal im 4-Stunden-Chart, wie ich mir das idealerweise vorstelle, vorsichtig, es geht nicht immer so zu, wie es idealerweise sein sollte, aber es ist ein guter Hinweis. Wir sehen das tief, von dort messe ich vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt, Fibonacci, einfach Fibonacci Retracement und ich merke mir, ich persönlich gar nicht mal so sehr die exakten Marken, es gibt dann einige, die sagen, nee, 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 sag mir mal, wo liegt diese Marke genau, da dreht er. Naja, mit dem genau drehen ist das so eine Sache, wir haben sicherlich so ein bisschen einen Punkt, irgendwie so im Umfeld der 12.350er, vielleicht 40er, vielleicht 60er Marke, da haben wir so ein bisschen so doppeltes Niveau, ihr seht, hier haben wir ein altes Zwischenhoch, wir haben das gleiche nochmal hier unten, also bei 12.160 in etwa, aber bitte geht weder davon aus, oder liegen zwei Marken, da muss der Markt hin, noch geht davon aus, da dreht der ganz sicher, das weiß ich ganz genau. Die Chancen allerdings sind dafür gar nicht so schlecht, aber für mich ist der Fokus jetzt gar nicht so sehr auf diesen exakten Marken, sondern in der Box, die ich so klamm und heimlich hier hingemalt habe. Diese Box, die zieht sich von ungefähr 61.8, ich habe sogar ein bisschen drunter, bis ungefähr 38.20, ich habe ein bisschen drüber. Das ist meine Zielbox für die Bewegung, die sich nach diesem Anstieg hier ergibt und die sollte idealerweise korrektiv sein, also zum Beispiel dreiwellig, wisst ihr, oder von mir aus auch mehrwellig, wobei dann diese Bewegungen überschneidend sind, also diese Gegenbewegung in der Abwärtsbewegung, die Gegenbewegung hier kursüberschneidend sind. Das wäre nämlich ein tolles Zeichen für Korrektiv, dann hätten wir nämlich mindestens schon mal zwei Bedingungen erfüllt. Bedingung Nummer eins haben wir, toller Anstieg, jawohl, haben wir gesehen, klasse. Dann hätten wir, dass die Gegenbewegung schwacher ist, viel schwächer ist, viel flacher ist, viel zittriger ist, viel wackeliger, viel unklarer ist. Das bedeutet, die starke Seite ist eigentlich die nach oben und die schwächere ist die nach unten. Und dann kommt noch die dritte Bedingung, zumindest mache ich das so, dass ich dann warte, bis er diese Marke hier durchstößt, also bis der Kurs durch dieses Niveau dann durchgeht, also das letzte Zwischenhoch. Wenn ich natürlich nur eine ABC habe, gibt es nur ein Zwischenhoch, dann ist die Entscheidung leichter, aber grundsätzlich gesagt das letzte Zwischenhoch. Natürlich könnt ihr, wenn ihr sagt, ich mag gerne Indikatoren beispielsweise, dann könnt ihr auch sagen, klasse, wenn mir die Indikatoren sagen, Mensch, jetzt dreht er hier irgendwo wieder, das ist jetzt willkürlich irgendwie was ausgewählt, dann könnt ihr natürlich versuchen, aggressiver hier reinzukommen. Ihr könnt natürlich auch versuchen, im Rahmen dieser Unterstützungsmarken, na, das wollte ich eigentlich weniger. Also im Rahmen, wo haben wir denn die Boxen, jetzt kriege ich die nicht mehr hin, doch, da haben wir sie, im Rahmen dieser Unterstützungsniveaus, dass man hier oder da unten dann versucht, irgendwie einzusteigen, wenn es da so klastert oder diese Fibulevels da sind, geht alles. Wichtig ist allerdings, dass wir die Seite stark haben, das ist, die Seite schwach haben, das sehen wir dann und anschließend irgendeine Indikation für jetzt wird gedreht. Ich finde eben, wie gesagt, das mit den Zwischenhochs ganz gut, das ist einfach, ich bin eine einfache Natur, ich brauche es ein bisschen simpler, aber ihr könnt euch das natürlich auch mit anderen Methoden eben vornehmen. Und dann ist die Erwartungshaltung, das ist die erste Welle und das ist eine erste Welle, denn der Kurs kam ja von oben runter, also dass diese erste Welle sich nochmal wiederholt, statistisch gesehen sehr relevant. Es kann kürzer sein, ist aber nicht sehr typisch statistisch gesehen. Es kann auch deutlich länger sein, das ist eher wahrscheinlich, als dass sie deutlich kürzer ist. Und also die Bewegung sich anschließend nochmal deutlich nach oben bewegt, von hier ausgehend. Und ihr seht, falls es dieses Niveau ist, wären das bis 13.100. Allerdings, wie gesagt, das ist dann das Mindestziel für diese Idee. Vorsichtig, bitte das jetzt nicht falsch auffassen. Oh, dann gehe ich doch jetzt schon lang, bis dahin ist ja noch Platz. Noch habe ich nicht den Hinweis, dass die Abwärtsseite schwach ist. Ich traue dem Braten erst, wenn ich das sehe. Ich weiß, dass viele dann ungeduldig sind und sagen, ich mache das jetzt einfach schon mal. Ich habe da eh nicht so viel Zeit und Lust, da immer drauf zu gucken. Ich mache das jetzt einfach. Nee, genau das ist es, was ihr nicht tun solltet. Passt also entsprechend da drauf auf. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Chancen für Aufwärts sind gegeben für die nächsten Stunden, vielleicht sogar ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, sollten wir eine Abwärtsbewegung durchaus einplanen. Bleibt die in dieser Größenordnung? Ist alles safe. Müssen wir uns nicht verrückt machen. Nur wenn sie deutlich größer wird oder wenn sie jetzt Dynamik aufbaut, dann wird es nicht so gut. Also, das ist kein Versprechen, dass es so kommt. Es wäre aber so wunderschön, es wäre so mustergültig und deshalb der Hinweis dazu. Gucken wir noch mal ein bisschen bei den Amerikanern. Intraday. Ich muss sagen, die Abwärtsbewegung, also das grundsätzliche Prinzip hier, das seht ihr, das ist genau das Gleiche, was wir hier haben. Ähm, also ebenfalls den Schub hoch, wackele ich runter, äh, soll ich euch die Fibus nochmal einzeichnen? Einmal beim Dow mache ich es, den Rest malt ihr selber, dann seht ihr, ungefähr hier wäre diese Box beispielsweise. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Hier haben wir die Unterstützung etwas höher, vielleicht auf der 50er Marke, finde ich auch hübsch. Das ist dann 29.500 ungefähr, also niedrige 500. Ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch hier das Verhaltensmuster, naja, genau so. Macht es selber mal ein bisschen, ja, ihr könnt es ja auf eigene Faust mal gucken. Das Prinzip ist das Gleiche. Jetzt für den Nachmittag, äh, muss ich allerdings sagen, ist das, was wir hier haben, jetzt habe ich die Lupe angemacht, kriege sie nicht mehr aus. Oh Gott, was für Profi. Ich habe ein Update gemacht und bin noch völlig überfordert an der einen oder anderen Stelle. Ähm. Ähm, aber ihr seht, diese Abwärtsbewegung, da nutzen wir die Lupe, ähm, diese Abwärtsbewegung ist ganz schön korrektiv, ist ganz schön wackelig hier an dieser Stelle. Und das ist etwas, was ich theoretisch nicht so toll finde, wenn es, äh, noch ein bisschen tiefer gehen soll. Also, im Moment sieht diese Abwärtsbewegung, die wir da haben, sogar aus, als ob wir vorher nochmal nach oben gehen könnten. Das ist natürlich nichts anderes beim S&P 500. Das, äh, Grundprinzip ist genau das Gleiche. Das ändert sich hier auch nicht. Mal sehen, ob es in diese Zone noch vorstößt. Äh, ich will euch den Spaß nicht verderben. Selber mal. Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt. Vielleicht gucken, so ein bisschen gibt es hier Unterstützungsniveaus. Aber das ist nur eine Orientierungshilfe. Rechnet aber damit, dass wir jetzt erstmal so in diese Zone, die ich hier ja mehrmals jetzt gezeichnet habe, reingehen. Denn je korrektiver das aussieht, dreiwellig oder überschneidend, desto größer sind die Chancen, wenn der Kurs die Wände vollzieht, zwischenhochs dann wieder toppt, dass man dann sagt, oh, jetzt sind wir wieder in Fahrt, jetzt geht es dann nochmal weiter. Gute Voraussetzungen also bei den ganzen Indizes, die wir jetzt hier gerade angeguckt haben. Nasdaq ist nahezu identisch. Das heißt, wir werden hier mit den nächsten Tagen, nächsten vielen Stunden vielleicht eher mit der Abwärtsrichtung rechnen. Lasst euch nicht einlullen von diesem bullischen Gedanken und sagen, oh, da gehe ich jetzt schon rein. Er muss es zeigen, dass er es schwach macht. Wenn er jetzt nämlich anfängt, hier irgendwie dann doch beschleunigt und nur noch wackelig hoch, oh, vorsichtig, dann geht da noch einiges mehr. Also da ein bisschen aufpassen. Das Ganze, das Prinzip, das gilt natürlich in beide Richtungen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, toi, toi, toi für eure Trading-Entscheidung. Ich drücke euch die Daumen, bis zum nächsten Mal.